Hallo! Schon unsere neue VR-Banking-App kennengelernt? Die ist jetzt noch einfacher, noch schneller und gewohnt sicher. Damit nur Sie Zugriff auf Ihre App haben, vergeben Sie Ihr persönliches Passwort, das Sie selbst bestimmen können. Fügen Sie im nächsten Schritt die Konten Ihrer Banken hinzu. Zur erstmaligen Anmeldung benötigen Sie den VR-NetKey oder Alias und die PIN. Wenn Sie die App eingerichtet haben, genügt bei jedem weiteren Anmelden Ihr persönliches, selbstbestimmtes Passwort oder ein Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung. Die neue Startseite sorgt mit Ihrem offenen Design für mehr Übersicht. Damit haben Sie alles Wichtige sofort im Blick, zum Beispiel aktuelle Kontostände. Die Kontenübersicht zeigt alle geführten Konten an einem Ort. Sie können auch Konten hinzufügen, die Sie bei anderen Banken führen, sogenannte externe Konten. Die Umsatzanzeige gibt einen schnellen Überblick über alle Buchungen für ein bestimmtes Konto. Überweisungen ausführen wird zum Kinderspiel. Einfach die Daten eingeben und mit einem Sicherheitsverfahren bestätigen. Fertig! Noch schneller kann man Geld an Freunde senden. Senden Sie Geld so einfach wie Nachrichten. Mit GiroPay quitt! Dank Postfach haben Sie immer und überall den Zugriff auf wichtige Unterlagen und Mitteilungen Ihrer Bank. All diese und viele weitere Funktionen bietet die neue VR-Banking-App, die wir stetig weiterentwickeln. Am besten die neue VR-Banking-App gleich herunterladen, installieren und loslegen. Falls noch keine Anmeldedaten vorhanden sind, einfach Kontakt mit der Kundenberatung Ihrer Volksbank Raiffeisenbank aufnehmen und Online-Banking-Zugang anfordern.